Äh, jah. Das fand ich jaana gar nicht. Das fand ich mir separates, wenn der die ganze Aufnahme voll versaut. Nein, also ich nehm' mir jetzt immer auf. alles ich nehme es auch nicht es ist nur nicht professionell trotzdem nehme ich gerade auf ja jetzt ist doch gut jetzt labern doch nicht so viel noch darüber ja jetzt einfach weitermachen oh mein Gott mach ich hier einmal mal Alter Mettler nimm Aboard raus was Aboard alter was ist das? ja klar nimm das nimm das vergiss es nimm Riko du Wichser wie macht er das Alter? schick der schnell auf die Knoll zur Kino komm mehr komm mehr nein leck meinen Musch ey den Schimpfwörter hier ok jetzt wissen wir es ein Mädchen ja Riko wer hat der Knoll zu sein ja wenn wir dann wer das Mädchen ist so wir drei Pros gegen die drei Noobs also ja äh Riko gibts auch wir laufen alle rechts lang euch raus wie schon gesagt ich hab eben nur auf Fanky geschossen fast ey du Jungs war verdammt ja wir haben es ja vorliegen Ey Junge also Leute ich hab dich nicht einmal getroffen aber ja du hast dich nicht wirklich getroffen hehehe ne 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 Anfänger, ich sag's so. Wer hat mir hier auf jeden Fall gerade einen Kill geschaut? Ja klar, zwei gegen einen ungefähr. Stimmt, zwei gegen einen. Zwei gegen einen. Henki, jetzt ehrlich mal, was hast du für eine Waffe, das ist doch unnormale Zeit. Wer hat da eine RPG, ne? Wer hat da eine RPG, Henki? Wer hat da eine RPG, Henki? Wer hat da eine RPG, ne? Na, Rico, falls ihr die... Eee, ja, nimm den Aimboot raus. Das gibt's doch nicht, das Ding ist doch einfach nur krank, ey. Scheiße, ich hab fast keine Schuss mehr. Keine Schuss mehr, du hast keine Schuss mehr. Da kannst du den hinternehmen. Boah, ich hab keine Waffe mehr, Alter. Du hast keine Waffe mehr. Ey, ich hab keine Waffe mehr. Ich hab keine Waffe mehr. Den sammelt der andere auf. Rät halt nicht mal mit dir. Ich hab jetzt so eine Angst, dass hinter mir einer spawnt. Der mich eiskalt umledert. Das wär hinter mir spawnen. Alter, ich hab mich von Rico killen lassen, wie geht das? Das ist Rico in meinem Team, ey. Ey, Rico ist voll viel besser geworden, ja. Ja, also Rico, seit dem Tutorial, ne? Alter, ich hab eben nicht getroffen. Genug. Voller Nebel, Schottuck. Ja, hier hast du... Ja, hier zwei gegen ein, ey. Würst du mich treuen hier, oder was? Wo war schon wieder zwei gegen ein? Ja, hinter dir, Alter. Ich spawn-trapp ja, Rico. Also... Ja, mit seiner hessischen X. Nichts. Das ist einfach. Das gibt's doch nicht. Ich treff den nicht einmal und er killt mich. Ja, ne, ich glaube, ich hab mein Spaß gemacht. Ich hab's gedacht, der trifft meinen Kopf nicht, aber was passiert der? Ja, was passiert, ey? Äh, äh. Ich wurde... Ey, Junge. Wiebel hat weggefrackt, da unten. Na, Dono. Hallo, Leute. Ups. Gibt's nicht, gell. Ey. Das gibt's nicht. Das macht so Spaß, Mann. Macht so richtig Spaß. Enki hat schon unter 17 Kills. Mettler, Aimborn, Eindeutig. Was denn 17... Woher hat denn 17 Kills, ey? Scheiß Waffen. Ja, ne, du hast nur ne scheiß Waffe, äh, Jasper. Ja, ich weiß. Ist unfähig. Ne, die Standardwaffe ist echt scheiße. Äh, die hat ein bisschen sehr viel Rückstoß, aber... Erstmal hier die Bude ein bisschen einräuchern hier. Ja, ich hab dafür. Also, ich hab hier fast keine HP mehr, jetzt hab ich wieder welche, dankeschön. Ist ja aufmerksam. Oh, Marcy, du dreckiger. Kein Bugger. Da kennt der da und Silke die ganze Zeit auf uns vor. Ja, das war doch nicht gut, man. Ich hab von Weitem nur geschossen. Oh, von allen Scheißen. Ey, das kass' mir nicht mal. Und jedes Mal. Ich werde hier gleich wieder zum Vollblut Türken. Na, der hat nur zum Vollblut Türken. Wow, das war das halt für ne Nate, alter. Ey, die sind alle bei uns im Sporn. Verdammt. Ja, hihihi. Da war's nicht gut. Scheiß, der da. Waaaah! Ey, ey! Wer ist hier der Kemper? Wer ist deinem Sporn? Ja, ey, ihr killst euch immer, wenn ich keine Thune mehr hab. Endlich, endlich hatte ich ne gute Waffe. Ja, das waren sie alle. Das tut mir jetzt aber leid. Ja, das war's fixe, ne. Das war's schon fixe, ne. nur weil sie keinen Namen leisten kannst ey jetzt lasst doch mal die Leute ausreden das gibt's doch nicht ja echt ey ja Marcin, von dir redig nee, lass mal, liege mal auf dem Boden, ja? liege mal auf dem Boden ja, Alter, das ist so ein Bodenwischer, ey ein richtiger Bodenlappen das ist so der Dämmel ist mein Juni dann Rico oh shit ey Marc, ich sei jetzt mal froh, dass man sich auf der Meer und AC nicht auf Fester kommt wo hat er diese Scheißwaffe her da hat die übelzielle Pizze schon keine Chance, ey was ich auf den Kunden draufhau was er schluckt ja, ich kunde krass ah verdammt echt unnormal, Hanky, was du schluckst okay, ist das Hanky ich hab vier Leben vier, 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 bald nicht mehr ich hab's gewusst, ey ich hab's gewusst ich hab's gewusst ich halte den Rücken frei, Hanky HALS ROLL ey, ich zock hier alleine gegen drei Mann, was das? was das? das ausnimmt das was das? ah, echt yo, Natekill bei Jasper danke, dass ich jetzt eine AC habe, jetzt hab ich wieder Mut nein, das war so fail nein zwei gegen alle hier ey, ist halt einfach so, kleine Rosenscheißer Hosen scheißer ah, Alter die hast du's leu 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 natürlich ah, dance ich kucke nach meiner C-D, und die kommen beide hier achle, da kommen zwei Mann hackney, ich wusste das he sag's, bei tap die C-D an naja, ja ne, die musst du außtreden im Stuttgart 2 er deswegen war gerade dabei ich glaube wie ganz lässt sich da durch auf einmal kommt ihr beide von vorne ja welche Henke du kleiner St ey das macht so Spaß man macht so richtig Spaß ich glaube ich kaufe mir auch noch einmal die M4 1 ja aber ich habe eine spezielle M4 wie sagst du eine spezielle ich habe ein wenigstens mal ein erzähler so etwas sein lieblingswort ist alter was mein Gott wir müssen uns mal ein erzählen lieblingswort also was für ein lieblingswort die dieser die lehrt was wo es mit noch Wettler Boah Scheiss Scheiss Flashball ja klar klar Doma klar Ja ist bei den Noob ich habe jetzt häng' ich's ein viel M4 M4 Halt die Presse wir haben ne schlechte Waffe ähhhh immer die Waffe ist schuld mit die Begründung des Helmanden in dem Ort und ich stand doch hinter der Ehe darfst du man steht da und um den Boden an ich bin leute es ist auch sicher ist gar nichts mehr was bringt nichts seine Ex-Messels hatte ich hatte eben noch ein neues Bild aufgehoben und schräg ein Bruch Loll leck Loll jetzt kommt er anstorben da jetzt geht's ja klar bei Bauer wechseln Nürnberg ich hätte es nicht jetzt gibt es ab hier und man das hat die Direktion Rappet Fire los geht's nur ach 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 das war ja so habt ihr es geschafft Masi dann kratze ich mal wieder in die andere Richtung ab naja macht man macht Spaß ja klar kommt ihr gleich ne Nate mir entgegen ist hackt doch ein bisschen bei euch willst du mir sagen dass es das nicht trubelt wird gut für Headshots gewesen perfekte Pose für Headshots ja gut für Headshots mein Healpack oh man hey zu mir will jetzt wieder keiner mehr kommen oder was ja will jetzt alle Angst haben 3 kills will ich noch haben ja klar mit 3 HP ging es auch gar nicht ich will noch einen Namen das war schon ein Handy du wirst aber keine Haare du bist echt ne kleine Achtung links Mettler links 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 Hallo das gibt es nicht das gibt es nicht wie stark die ist ja die ist gut die wollte ich eigentlich auch aber ne aber sie war sie dir ja nicht gönnen ne einfach nicht ha ich hab meinen kill ich hab gesagt ich bin noch einen ja ich hab's also Marcy würd sagen wir haben ihn in der Lage ja fickt euch ähm also klar ich bin erster also das reicht mir scheiße man scheiß Spawnfurt ich bin erster in meiner Gruppe das reicht mir ich bin so Depri jetzt hast du Spawnfurt nein hau ihn weg man das war knapp äh danke letzten zwei Sekunden gut wir haben verloren leg mich am ach und dann ja damit beenden wir das letzte Play ja ne ja ne wir sehen uns dann äh morgen ja